Wir waren am letzten mal ... Sorry. Wir waren am letzten mal angekündigt, befänden wir uns im Kampf gegen diesen dämlichen pokémon riger wieder Kann man prompt auf die fresse geben? Das ist ja dumm oder? Eigentlich nicht aber egal. Ähm Jo Super Hunter Fail Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich Pokémon Ranger auf irgendeine Weise hasse. Das war natürlich extrem schlau. Jo. Alter, such dir Hobbys. Ganz ehrlich. Machen wir es halt so. Vierfach Schwäche und dann ist Kappels tot. Oh, ähm, super stark und, ähm, besiegt. Vierfach Schwäche plus, ähm, Step überlebt. Kein Pokémon. Nicht auf dem Level unterschied nur. Ey, bist du nicht gelungen, bist du lieber Pokémon, ja? Das hast du aber ziemlich schnell erkannt. Pokémon. Jetzt muss ich noch mehr lieber verschwenden. Nerv, echt mal. Oh, super. Ich zeige mir eine Wache, ich steige mir die meiner Vogel Pokémon. Oh ja. Ich bin ja so ein Vogelfinger-Fuzzi-Typo. Keine Ahnung was. So, ähm, Wolli-Check. Hier ist noch eine karamellisierte Walnuss. Und irgendwie lecker schmecken. Frag mich nicht, wieso, also. Frag mich nicht, wieso, wenn ich irgendwas könnte, was den Status verändert. Gut, Eisenschweif könnte ja den Status verändern, aber. Brauche ich ja gar nicht. Na super, Schwalboss. Eisenschweif. Mhm, na klar. Das tut weh. Und das auch. Ja, fast. Vernichtet. Danke, Staller. Oh, Potenzial gleich null. Sehr schön. Na, na klar. Übertrank. Ja, supergeil. Bitte, bitte, bitte. Nein, ja. Nein, ja, bitte. Guck auf, es kommt zu Schmerzen. Äh, ein kleiner Stimpchen. Der kann wahrscheinlich nicht mal eine Flieger schlagen mit dem Scheissschwert, aber. Ich will mir drohen, weißt du. Hm, alten Schmerz. Wir können ja nie ganz verrecken. Trugschlag. Ja, na super. Raum zur Trümmerer. Scheißegal, ist das sowieso weg. Und ciao. Nennyazg. Nerv. Ich, ähm... Hm. Ja, genau. Natürlich kannst du Doppelteam. Na klar. Trifft nichts. Warte, fuck. Ja, macht keinen Schaden. Super. Aufheizung sinkt. Und Tempo schub. Na, hinterher. Na, geil. Das Eisenschmeife-Macher, dann trifft auf jeden Fall nicht. Neben, neben. Ich mag jetzt das Eisenschmeife-Fraut-Folder-Neben. What the fuck? Was ist denn das denn? Smorgon. Smorgon. Oh yeah, Smorgon. Ähm, Smogon. Ich hab früher immer gedacht, als kleines Kind, dass man Smogon mit Fire Instant killen kann, weil... ähm, naja, geil. Wegen dem Dampf, den es da ausstößt, der ein bisschen leichter ist, deswegen jetzt auch schwebt. Und dann hab ich immer gedacht, wenn man damit Feuer angreift, dann killt man das instant, weil die Dinge, ähm, entflammen und explodieren. Das war schon gut, ey. Ähm, im Nachhinein hab ich herausgefunden, es ist nicht so. Oh, 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 oh. Ja, weil das ist ja mein Strahl, die auch ausgesprochenen Versprechen. Aber ich nicht, nichts ist vielleicht bei meinem Absolut Glück des Fliegens. Genau. Das sag ich auch jeden Morgen. Jo, voll was. Super. Türbeschlag, extrem. Effektiv. Ja, eigentlich nicht, aber hey. Wir müssten... Oh nein. Da will ich nicht, war. Mhm. Wir müssten gleich zu einem Ort kommen und nicht mehr ein Pokémon geschenkt bekommen. Ein künstliches, irgendwie. Eins, das sich nach dem, ähm, nach dem Wetter richtet. Sehr schön. Vernichtet. Abgewirrt, abgestürzt, sowieso. Genau, Schau, was hat nen Motor. Oh, ne, 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 oh, puh. Weißt du was? Genau. Wazelle. Aber schau mir bei, du kommst nicht in die Nähe, das... Genau. Klima-Institut, ja. Geh wieder mal rein. Da schlief sich jemand nach oben. Jo, super. Pff, cool. Jo. Wollte ich nicht. Aber, sehr schön. Hm? Wie, was macht das Kinti hier? Jo, ich, ähm, hau jetzt auf die Fresse, ist doch klar. Ganz ernsthaft, kauf dir ne Hose oder nirgern Rock. Wie sieht es dir aus, wie die von Team Mark meint, wie irgendwas anderes. Jo, okay, Fokus, das ist natürlich extrem, ähm, schau. Äh. Just come up. Jo, super. Wie, ich hab verloren, ja klar, ich hab verloren. Stoller entwickelt sich. Bum, 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 bum. Hm, 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 hm. Glückwunsch, der Stoller wurde zu Stoller. Oh, fuck. Ich glaube, auf Level 50 oder so, der wickelt sich zu Stoller, das weiß ich jetzt aber nicht. Bricht. Stoller. Oh man, hat schon fast 100 Verteidigung. Das Viech kann richtig überwenden uns. Oh, steige. Oh man, ich wollte ja noch schnell was umstellen. Sehr schön. Oh man. Was Interesse an der Forschung gesagt hat, hat er uns hergeschenkt. Hör uns nicht gefälligst. Hör uns gefälligst. Ja, Klima. Bodenvergrößerung, alles klar. Zuatz. Ein unglaublich nerviges Pokémon. Weil ich es, ähm. Wahrscheinlich ist es sogar taub. Das war dumm. Ja, weil es schlug ist. Zerschneidung. Schon besser. Erstauner, schreck zurück, oder? Ne, doch nicht. Jo, für nichts jetzt. Und für vielen. Ja, super. Bisschen besser. Ich hau mir selbst aufs Maulverkehr. Jetzt hau schon drauf, du Misty, danke, sing. Und vernichtet. Adios, du Spaß zu einem Mist besiegt von einem Kind. Ha, ha, ha. Ich dachte, der ist viel zu dumm. Jo, genau. Wenn du mit dem Pokémon entwickelt hast, irgendwas mit mir zu tun hast, müssen wir kriegen. Ja, du brauchst eigentlich nur, das ist, ich, spoiler jetzt extrem. Das Pokémon nennt sich Formeo. Und Formeo, ähm, ja. Das ist ein Typ Nomad-Pokémon, das sein, das sich ein bisschen verändern kann, weil... Bei Sonnentag, wenn Sonnentag ist, also wenn Sonne ist, dann kann es mit, ähm, Meteorologo oder keine Ahnung, wie die Attacke heißt, ähm, kann es dann, ähm, es ist dann eine Feierattacke, bei Wasser ist dann eine Wasserattacke und bei Hagelstürme ist es dann, ähm, logischerweise eine, ähm, Liegenattacke, eine, ähm, Eisattacke. Also könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das dann abgeht und so. Jo, super. Intensität. Na, geil. Jo, ähm, super Schlaglocklinge. Und vernichtet. Jo, lele, kaputt und so. Jo, ich hab nicht vernichtet. Na, wir sind die Marken, wir sind überall, wo Raritäten gefunden werden. Och, ihr seid so lame. Wir müssen mal das klauen. Mach doch mal was eigenes. Intensität, ihr habt, ihr wolltet von Mr. Brack was klauen. Mr. Brickle oder jenes. Wollt ihr was klauen. Dann später, dann, ähm, wolltet, habt ihr den Meteoriten geklaut. Dann jetzt wollt ihr ein Pokémon stehlen und später klaut ihr auch wieder nur eine Kugel und später, Ja, keine Ahnung, das ist voll lame einfach. Wir klauen einfach alles. Wupp, wupp, wupp. Und jess. Jo, super. Ich möchte. Nein, möchte ich nicht. Jo, beim Zuschneider. Bäm. Ich muss die Geseider vernichten, hoffe ich. Zerschneider. Pah. Oh, oh. Oh, scheiße. Bitte, triff. Warum tust du ihn? Das ist hier vernichtet. Selbst schuld. Mist. Los, Sandl. Ich muss den noch mal gut sehen. Brrrrt. Mip. Bäm. Adios. Du bist ja so nettlich einfach wieder und ich mach dich fällig, du Baby. Hast du mich grad Baby genannt? Hab mich diese... Scheiße. Puh. Hat die mich grad ein Baby genannt? Surfer. Jo. Ja, Aktion. Ähm. Pfefferspäche. Come out. Come out. Come out. Come out. Jo, magnein. Super. Extrem. Oh ja, sinkt mein Angriff. Vor allem, weil ich einen Spezialangreifer war. Das ist ja klar. Mip. Angriff schnallt stark. Staube wurde verwirrt. Na, super. Baby schlag. Vernichtet. Oh, tschüss. 33. Sehr schön. Warte. Ähm. Mh. 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 Ja, ähm. Ja, für die drei Runden auf der Nacht kann man, ähm, zwei Attacken lernen. Die eine Attacke greift mit den gehäuteten Attacken an. Die andere Attacke heilt einen damit. Aber, ich mag diese Technik nicht benutzen. Ich mag sie irgendwie nicht. Jo, schlag es heute nicht, äh. Sehr schön. Ja, da haben wir schon Verzehrer. Umso schnell als Beweis. ZB kräutete Kraftstell-KP geht daher. Oh ja. Und Verzehrer nicht alleine? Ja. Und Strabler verzehrer nicht alleine. Und jetzt lernen sie noch. Ah, es hätte noch was gelernt, glaube ich. Ah, ist einfach widerlich. Stark. Jo. Tschüss, die Leute. Ah, wir werden unge... Schlamassel, schlamassel, die Magma-Pläne. Hm. Danke, vielen Dank, wenn man so viel Sicherheit ist. Es ist vielleicht ein seltsamer Ansatz zu sagen, weil dieses Pokémon ist für dich. Puh, du hast mir plötzlich dieses Pokémon. Jo, so war ich nur von mir gekriegt. Denk mich. Schiebst du in deinen, ähm... In deinen, in deinen Computer. So. Pokémon, du gehst nach hinten. Machst du nur den Platz. So, sehr schön. Oh, Scheiße. Ich habe jetzt ein bisschen Knallhart überzogen. Bis dann, Leute.